Springen. Stopp angreifen. Moin Homies, ich versuche heute Minecraft durchzuspielen, aber nur mit Sprachsteuerung. Lasst doch jetzt gerne 1000 Likes dafür dieses Jahr doch schon aufwändige Challenge und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Durch meine jahrelange Erfahrung im Bereich der Informatik, insbesondere des Codens, war es mir möglich einen Minecraft-kompatiblen Voice-Bot aus dem Internet herunterzuladen. Und damit ist jetzt sowas möglich wie zum Beispiel Farmen. Stopp Farmen. Bauen. So jetzt noch ein kleiner Beweis, dass das wirklich ohne Tastatur, sondern nur bei meinem Mikro funktioniert. Dort sieht ihr Minecraft dort den Bot. Und wenn ich jetzt sage Springen, dann habt ihr es gesehen. Der Typ ist gesprungen. Da oben wurde was mit Springen. Ja und so spiele ich jetzt Minecraft durch. Hoffentlich laufen. Stopp laufen. Farmen. Stopp Farmen. Stopp Farmen. Stopp Farmen. Bauen. Laufen. Stopp laufen. Springen. Bauen. Springen. Bauen. Springen. Bauen. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Übrigens, ich kann so auch die Hotbar durchscrollen. 6. 5. 9. Ich habe jetzt eben noch den Sprint-Command hinzugefügt. Den sage ich jetzt einmal am Anfang. Sprinten. Laufen. Und jetzt brenne ich halt die ganze Zeit. Das ist wie Toggle Sprint. Springen. Stopp laufen. Bauen. Farmen. Okay, ich habe es mir echt schwieriger vorgestellt, den Anfang. Aber es geht wirklich. Das einzige schwierige ist wirklich, dass ich nicht auf meine Maus klicke bei sowas wie hier bauen. Weil bewegen tue ich mich immer noch mit der Maus so. Weil das wäre echt too heavy, wenn das jetzt auch noch über die Stimme funktioniert. Ich glaube, ich gehe jetzt auch direkt nochmal Holzfarm springen. Springen. Und danach direkt drunter. Es gibt natürlich auch den Angreifen-Command. Angreifen. Ah, der funktioniert ja wunderbar. Farmen. Die Challenge ist ganz machbar, aber nicht, wenn man richtig belagert wird von Mobs. Das wird wahrscheinlich noch richtig schwierig werden. Im Nether wahrscheinlich absolut Chaos. Ein Problem, was wir im Moment haben, ist auch Hunger, weil essenstechnisch in dem Biom absolut nichts los ist. Und da ich die ganze Zeit Sprinte, verliere ich auch sehr schnell Hunger. Stopp laufen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Homies hier Fisch droppen. Aber auch, dass sie richtig stark zurück angreifen, wenn man sie schlägt. Angreifen. Es ist so Pepega. Es ist insane. Farmen. Laufen. Zwei. Bauen. Stopp farmen. Bauen. 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 Okay, vielleicht wird die Challenge doch etwas schwerer, als ich gedacht habe. Farmen. Oh, sehr gut, ist wieder Tag. Laufen. Äh, laufen. Springen. 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 Farmen. 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 Oh Gott. Laufen. Stopp farmen. Laufen. Springen. Holy shit. Vier. Bauen. Oh, schaut mal, was wir da haben. Laufen. Springen. 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 Ähm, bauen. Bauen. Äh, ja, whatever. Jungs, nach Ewigkeit ein neues Biom gefunden. Mit essen. Äh, farmen. Farmen. Junge, einmal so HG spüren. Ich würde es so enjoyen. Essen. Zwei. Essen. Oh, ganz schlecht. Das Angreifen ist ja so useless. Ich habe Schwert-Cooldown, aber muss so Spam, damit ich mich überhaupt verteidigen kann. Das Schlauste ist jetzt wahrscheinlich wirklich, einfach runterzugehen, wirklich safe zu spielen, nicht in Hüllen. Einfach strip mine. Und ja, mal schauen, was uns so da unten erwartet. Acht. Farmen. Laufen. Stopp laufen. Vier. Farmen. Stopp farmen. Laufen. Stopp laufen. Farmen. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Change my mind. Sieben. Bauen. 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 Springen. Und. Drei. Nein, neun. Neun. Bauen. Auch nur, wieso überall Creeper. Stopp laufen. Laufen. Angreifen. Jungs, ich bin ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr. Let's go go. Okay, Jungs. Ein Versuch noch, damit wir auf die 10 Minuten kommen. Let's go. Laufen. Okay, Jungs. Ich sage es euch. Stairtry wird es jetzt. Stopp laufen. Farmen. Junge, Kürbis. Als ob ich es überhaupt ins End schaffe heute. Wenigstens haben wir hier genug mit Essen im Gegensatz zur letzten Runde. Das ist schon mal ganz nice. Angreifen. Hey, bleib stehen. Spring. Springen. Springen. Oh, nice. Ich habe sogar ganz gutes Movement jetzt raus, damit ich mehr oder weniger hier durchkomme. Springen. Oh, nice. Ein Dorf. Let's go. Springen. Bauen. Laufen. Farmen. Bauen. Oh shit, das ist so gut, dass wir einen Braustand haben. Vier. Farmen. Stopp farmen. Stopp laufen. Farmen. Farmen. Junge, also. Laufen. Stopp laufen. Ja, genau. Bauen. Bauen. Ja, Step 1 erledigt. Farmen. So, wir versuchen es jetzt nochmal. Aber diesmal bitte ohne Creeper. Oh, äh, stopp farmen. Stopp farmen. Laufen. Oh, Mindshift. Auch ganz nice, aber ich weiß nicht so genau, ob ich da rein will. Bauen. 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 So, damit sollten wir wohl etwas länger überleben. Mit dem Stuff können wir jetzt auch easy in den Mindshift rein. Oh, äh, ja moin, Sprinten. Sprinten. Jungs, beachtet mich einfach gar nicht. Ich will nur runter zur Lava. Bauen. Drei. Angreifen. Doll. Was war das? Angreifen. Ja, okay. Erledigt euch von alleine. Ist okay. Stopp. Stopp laufen. Stopp laufen. Stopp laufen. 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 Angreifen. 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 Danke. Holy shit. Eins. Äh, fuck. Laufen. Also nochmal von Anfang an. Stopp laufen. Laufen. Stopp laufen. Bauen. Bauen. Eins. Bauen. Also wirklich, erklär mal irgendjemandem, was ich hier gemacht habe. Ich wollte schon sagen, gibt es hier überhaupt Flint? Acht. Bauen. Also wirklich, am Anfang der Challenge hätte ich es nicht gedacht, dass wir es überhaupt so weit schaffen. Laufen. Stopp laufen. Laufen. Ja, aber was mache ich hier eigentlich? Komm mit mir, Bro. Ja, okay, er hat keinen Bock. Bauen. Laufen. Springen. Springen. Bauen. Springen. Bauen. Äh, ja. Was? Woher? Woher? Bauen. Ja, nice, danke. Springen. Angreifen. Springen. Laufen. Angreifen. Wieso treffe ich sie nicht? Springen. Komm schon, komm schon, komm schon. Angreifen, 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 angreifen. Junge Gomme, träume ich mal nicht, angreifen. Danke, springen. Stopp angreifen. Vier. Vier. Farmen. Springen. Stopp angreifen. Aaaaaaah. So, ihr müsst euch gerade festgestellt haben, dass mir 50 Sekunden fehlen, um Werbung zu scheiden und dementsprechend reich zu werden. Versuche ich jetzt noch einen One-Win-One-Aufgomme zu gewinnen mit Sprachsteuerung. Bauen. Ah, nice. Sprinten. Laufen. Angreifen. Ich hoffe, ich werde wegen Autoklicker gebannt. Äh, äh, vier. Vier. Stopp angreifen. Vier. Essen. Essen. Drei. Angreifen. Wieso blocken? Essen. Drei. Laufen. Sprinten. Angreifen. Bauen. Angreifen. Was? Angreifen. Angreifen. Junge, ich habe ihn zugenommen. Absolut. Mferen. Mferen. Och, tempo. trop hoch Vou NHS. Wir拜ern. Drei. Drei dotboxing.